Wir machen gerade die Vorderräder für unser Moonbucky fertig. Die Reifen bestehen aus Wasserrohr, aus grün und blauen. Die einen sind dünn, die anderen sind dick. Und die werden so herangeschraubt, dass sich die blauen innerhalb der grünen Rohrsegmente befinden. Ganz einfach deshalb, weil wenn das Moonbucky springt, möchten wir nicht, dass die grünen Rohrsegmente brechen und kaputt gehen. Und deswegen werden diese blauen Segmente als Stopper verwendet. Und wir sind gerade dabei, diese an die Felgen ranzuschrauben.